Hi Leute, ähm, willkommen zu meinem zweiten Video. Ich steh grad noch in meinem Stall und wir werden mal kurz uns ein Pferd raussuchen. Ich glaub, ich würd... Sherry Beauty oder Apple oder Haki Kristel? Oh, schwierig. Ähm... Ich glaub, ich nehme... Äh, bitte. Meine Lieben. Meine Lieben, eigentlich besser gesagt. Oh. Oh, ein paar nicht mit mir. Okay, in diesem Video soll es gehen, dass ich... Ähm, ja. Also um diesen Video geht es, dass ich... Jetzt, so gesagt, nur auf den Wegen reiten darf. Und mein Ziel ist es dann, wo ich landen werde, in Dino-Tal. Und ich hoffe, so viele Wege führen dahin. Also, also ich darf nicht aufs Grüne kommen, besser gesagt. Und ich hoffe, es funktioniert. So. Ich müsste meinen Rucksack machen, Freund. Ich liebe Apple, es ist so süß. Halt, steh fährt. Okay. Und ich hoffe, dass wir nicht auf die Wiese kommen und so. Oh, deswegen würde ich mir dafür, dass wir starten. Dann hoffentlich, dass wir auch... Oh, da war Wiese. Also ich darf halt nur die Wege benutzen. Und muss mich halt theoretisch komplett die ganze Zeit an diesen gleichen Weg halten. Ähm, ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Fällt mir gerade auf. Und wie kommt mir der immer länger ab vor? Da war er doch. Äh, toll. Oh nein, der Weg ist blöd. Wie blöd bin ich. So, nochmal zurück reiten. Also, ich darf jetzt nur diese Wege benutzen. Ich hab keinen Bock, für sich diese Erde raut. So, ich darf nur auf so eine Wege kommen. Und halt nicht aufs Grüne. Hm. Dem Weg vertraue ich nicht so gar nicht. Okay, ich darf halt diese Wege folgen. Oh, ich bin schon auf der Kohl gewesen. Kann ich hier mal ein bisschen die Wege breiter machen? Okay, also, ich bin ein bisschen raufgekommen. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Wegen auch wirklich, ja, zahnen unserem Ziel ankommen. Aha! Oh mein Gott, ups. Ich bin ein bisschen vorm Wege gekommen. Und ich hoffe, dass es wirklich funktioniert, wenn wir nur diesen Wegen folgen. Und, ob ich mich nicht verlaufen. Ich weiß jedenfalls, wir müssen ins Dino-Teil, also verbauen des Dinosauriers. Also, teile verbauen des Dinosauriers. Heißt, wir müssen nach Whale-Dame. Das heißt, wir müssen hier lang. Ja. Oh, geil. Diese habe ich heute dann aufgeh... Ah, oh mein Gott. Und mal einmal auf den Kanto und schon, dass man schon den Weg abgekommen fasst. Oh, kann ich denn? Nein, kann ich nicht. Schade. Toll. Also, den Wegen halten scheint wohl kein Spaß zu machen. Ah, oh Gott. Ich werde auch noch ein zweites Video drehen. Aber vielleicht nicht danach. Weil... Also, wo ich dann... Ähm... Ja. Keinen Weg berühren darf. Also, danach kommt jedenfalls noch ein anderes Video. Und zwar werden wir ein bisschen das Dino-Teil erkunden. Weil ich mich dann noch nicht so... Oh Gott, ey. Nicht so gut angesehen habe. Haben wir denn schon so ein bisschen? Oh Gott, ey. Auf jeden Fall wird es hoffentlich... Ähm... Spannend. Und, ja. Ich finde, wenn man Wege reitet, sieht man auch manchmal was anderes, statt immer durchs grüne Zweiten. Auf jeden Fall werden wir dann zwei Wege sehen. Und ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Jetzt bin ich auf den Türen und so, okay, ich fahre mir lieber den Weg, der auf der Karte magiert ist. Den vertraue ich dann mal. Und zum Glück komme ich hier nicht gut vom Weg ab. Hui, Balken zum Springen. Oh, das war schon. Endlich mal wieder die Sprung-Taste drücken. Oh, ein Pony zum Rüberspringen. Sorry, Sally. Musst du das tun? Oh, auch ein Bier, Alter. Oh Gott. Ah! Ich bin doch fast auf dem Weg abgekommen. Okay, wir sind da, wir sind fast da, wir sind fast da, wir sind fast da, wir müssen nur noch da hoch, nur noch da hoch, nur noch da hoch. Oh, wieso wird mein Pferd so langsam, ha? Oh, das ist schon alles. Wir lassen keiner, nur noch mal sagen, Weghilfe nehmen. Oh nein, wir müssen doch Weghilfe nehmen, fällt mir gerade auf. Schade. Toll. Na toll, na toll, na toll, na toll. Ich hasse den Fahrstuhl, ne. So, die sind... Dings, ich bin damals, ne, ich zeige ich euch gleich. Wie geht's das als Weg? Ich glaub schon. Weil anders kommt man ja hier nicht rein. Oh, oh. Das gilt auch mal als Weg, ich find, hier sieht man das nicht so gut. Und das ist es, da sind wir auch. Ganz saft. Oh, da muss das halt nicht hochkommen. Ach man, ey, hab ich ein Pulloverball? Wir sind jetzt schon kaputt, wenn ich das ansehe. Äh, ich hab kein Pulloverball. Was ist denn das? Kann ich jetzt, wenn ich so ein bisschen nippelnde Sachen mehr gucken? Wo ist mein Fahrer eigentlich nicht? Aber ich dachte, ich hätte mir ein Pullover mitnehmen sollen. Irgendwann hab ich nie mehr zu. So, hier sieht man das jetzt ein bisschen schlecht. Aber das ist ein Weg. Oh mein Gott, dieses Auge fährt, das sieht... ...homisch aus. Ich hasse die Ur-Pferde. Also, in diesem Ferbentum. Hier übrigens Leute, wenn ihr jetzt denkt, warum breit es so langsam. Dieses Pferd ist nicht kälterbeständig. Das heißt, wir werden wohl im schnellen Tapon kommen. Juhu, wir sind so schnell. Theodisch sind wir in Dinotal. Aber wir wollen auch wirklich bis zum Nick reiten, vielleicht sogar noch ein kleines Stück weiter. Juhu, wir sind so schnell. Und diesen Tempo schafft ich auch überhaupt nicht ein. Boah, fährt jetzt rennen nochmal. Juhu, wir sind angekommen. Oh nein. Äh, Nehmen wir mal den Nick. Jetzt haben wir noch ein kleines Stück laufen. Oh, ich bin da vom Make-up gekommen, fällt mir auf. Ietsch. Ist das ein Weg? Gell das ein Weg? Ich denke mal schon. Okay, ich würde sagen, dass wir ab hier. Oh, dann machen wir mal auf das Schuss. Äh, da sieht die schöner aus. Jetzt stelle ich da hin. Wie? So. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Und bis zum nächsten Mal.